Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, wieder mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Daluk hat, wie ihr oben rechts schon seht und dem Christian, wo eigentlich unser Christian, sondern der Christian, der quarkt, was ich auch sehr fervorend finde. Die flüssige Ente. Das bringt die Ente mit sich. Die haben einen echt guten Spawn auf der Map. Das ist, glaube ich, von allen Verteidiger-Maps der beste Spot. Kann sein, dass du da unten. Aber du kannst ja schon von der Treppe aufsteigen. Ist die heller? Einnehmen, ne? Genau, du tappst sofort, wenn du auf der Treppe bist. Das ist zwar ein Vorteil, aber genauso ein Nachteil. Der Gegner weiß sofort, wo du bist. Ja, das stimmt. Ja, die machen wir weg. Wo ist hier die Kamera? Oben rechts jetzt hier, an der Lampe. Sepp, vorsichtig, ich schieße auf Kameras. Ja, ich wollte auch schon drauf schießen. Schade, dass ich dich nicht getroffen habe. Ja, nicht, als ob ich das absichtlich gemacht hätte. Nein, als ob ich das absichtlich gemacht hätte. Stimmt nicht. Rollt ihr rein? Weil ihr lauft ganz hinten rum. Ich schieße immer da gerne die Kameras ab, damit die halt gar nicht mehr wissen, wo wir sind. Wenn wir hier bei der Treppe reingehen würden, wäre direkt ein Gemma an der Treppe. Die haben einen Kapkan, der wird auf jeden Fall außen sein. Die haben einen Kapkan und einen Bandit. Soll ich hier vorne mal eine Kamera reinwerfen oder so? Ja, Sniper, du lieber. Ich kann eh nichts sehen. Kann man da von oben rein, irgendwie? Du kannst in der ersten Etage rein und die Treppe runtergehen. Die sehen übrigens gerade, dass ich mit einer Kamera reingefahren bin. Hey Leute, da ist einer in dem Turm, Sepp. Was? Krass, ist der weit weg gewesen, der Mute. Ich kann nicht erwarten, ob der da oben ist. Ich hab nur Kapkan-Tratierende Eingangstür weggemacht. Mach die Kamera hinweg. Ich bin da einfach reingelaufen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass der 3000 Meter entfernt ist. Er ist im Tower? Ja, der ist über dir. Du wirst ihn ja auch da laufen. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Den Ficken. Langsam. Da ist er. Was? Der Knaller, ey. Als wenn er gewusst hat, dass da einer ist. Ja gut, er wusste ja, dass wir zu zweit sind. Leg mir da einer jetzt genau vor mir. Boah, shit. Boah, ja genau. Schön, schön. Ich hab gut kassiert. Das war leider... Oh, das war... Oh mein Gott, der vom Turm kommt vor zurück, der Mute. Sehr offensiv wieder. Ich bin am Turm leider nicht gesehen. Der war nicht an dem... Nein! Oh, lol! In dem Raum. Ich ging schnell. Ich hab'n grad... Der ist nach links weggelaufen. Uh! Hat jemand schon Map-Wischen? Äh, Map-Erkenntnis. Finde ich gut. Bein draußen, das ist, äh... Am meisten nicht gut. Ja. Hat der dich abgeschossen? Auch, ja. Der hat dir ein Hit gegeben, ja. Es sah irgendwie so aus, als ob der ins Fenster geguckt hat. Ja, bei mir auch. Bei mir auch, aber er hat mir irgendwie ein Hit gegeben, wie auch immer. Da du wirst wieder das Schiebens beschuldigt. Ja, dass er mich nicht getötet hat, hat ihn aufgeregt. Das regt mich aber auch auf, wenn ich die Leute nicht gehe, weil ich so schlecht bin. Rechts in der Ecke. Ganz rechts. Ich hab' ihn auch gehört. Oh, er kommt raus. Nee, er konnte nicht raus. Ist noch ein Red da gewesen. Oh, nice. War ein Header? Mit dem Suppressor auch, ey. Wie so'n Chirurg. Ist echt so. Ja, da kommt einer. Da ist einer. Oh, nice! Holy shit! Nice Wall-Ey! Hupcan hab' ich noch nie gesehen. Also, alles was wir geguckt haben, hab' ich nicht gesehen. Was hältst du davon, wenn du am Spawn runtergehst und einfach durchläufst? Unten, Baustelle. Ich hab noch 32 Sekunden. Schaff das von der Zeit? Ich weiß es nicht. Nee, geh rein. Geh, geh rein. Mit der Pistole. Links ist noch ein Jammer und Stacheldraht. Aber du musst ja nur auf die Treppe. Oh, Gott. Ich hab' die Leere. Hinter dir. Glaube ich. Nicht safe. Nee, muss ja unten sein. Unten, unten, glaube ich. Stimmt. Der vier. Das war knapp. Oh, man, der war verbuggt. Du hast unendlich Zeit. What? Du hast unendlich Zeit. Wow! Oh, der Klatsch! Okay. Holy shit! Nice! Was denn, Junge? Sehr schön. Nee, war echt schön. Richtig gut, ey. Beine Fresse, ey! Ja. War so once in a lifetime. Kann man wahrscheinlich auch aus seinem Kanal dann sehen, ne? Also, er ist ja schon gegangen. Mit Sicherheit. Bei The Liquid Duck. Ja, genau, da kann man das sehen. Das war schon gar nicht so schlecht, also. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Oder das? Das war aber ein typisches Casual-Verhalten, dass sie alle nach und nach den Kill haben wollten. Ja. Außer der Letzte. Der hat es richtig gemacht. Der hat wenigstens gewartet. Der hat sich wahrscheinlich voll über alle anderen aufgeregt. Nee, die beiden sind ein Zweierteam gewesen. Das ist die Inn-Cubes. Ah, okay. Ach so, Rook. Scheiße. Wo sind wir denn gerade? Oh, hinten. Großes Wohnzimmer. Das ist kacke. Ja, das denke ich mir auch immer an. Ja, ohne Spaß. Boah, hinten hat große Wohnzimmer. Das große Wohnzimmer ist halt direkt an der Tür. Das ist halt direkt der Ausgang. Ist direkt eine Tür. Haben wir einen Cup gar nicht? Oh, nee, ne. Hey. Da ist ein. Die Drohne ist hinten wieder rausgefahren. Wann habt ihr denn die Wand weggemacht? Da ist noch eine Drohne? Ja. Hä, wie ist denn die da durchgekommen? 3. Muss ich mir selber auch Amor holen? Ja. Ja. Dann machst du mehr aus. Ich wurde entdeckt, du hast dann noch eine Kamera. Ich werde auch die ganze Zeit entdeckt. Ja, irgendwo muss hier noch eine sein. Hier, hinten gespawnt. Der Spawn, Standard. Main Entry. Und sind mad aufeinander. Das ist schön. Nein, gar nicht. Gar nicht. Da haben sie immer noch nach wehen. Machst du hier noch? Ich mache hier auch zu. Ja. Oder willst du reinkommen? Nein, nein. Okay. Ich habe das hier gesehen, die abgeschossen ist. Ich glaube, das ist die Runde von gerade. Die da übeln. Das habe ich auch einfach gut gemacht. Hier ist einer. Das stimmt. Oh, Schilde kommen. Hier ist ein Schild. Ein Schild. Oh, da sind ganz viele. Oh. Da ist ein Schildkiller, ja. Da stehen einige Leute vor der Tür. Nicht schlecht. Schnell reagiert. Die warten draußen. Also die machen jetzt sehr defensiv. Das ist 3 gegen 3 jetzt. Würdest nicht riskieren. Montar ist noch dabei. Ach, was? Hey, du musst auf jeden Fall zurück. Und der alleine müsste für die Schilde zwei Leute haben. Hinten draußen wird es sein. Ja, genau. Und das war... Ja, auf jeden Fall. Die machen gerade die ganzen Kameras kaputt. Montage ist hinten. Blitz ist am Boden. Ach, stimmt. Blitz war das. Dann mache ich das auf hier. Geh ruhig rein und mach hinten wieder zu. Moment, komm rein. Damit ihr die Schilde... Damit ihr gerade... Montage... Oder Montagne. Bevor es wieder in den Kommentaren steht. Montag, nee heißt das. Montag, nee. Montag, nee. Einer links, einer rechts hinter die Tür. Dann kann er nichts machen. Ja, Ash ist auch direkt dahinter. Er hat kompletten Schutz. Kannst du nichts tun. Geht du auch so ein bisschen? Nee, nee, geht nicht. Da ist noch eine Seitenscheibe. Da ist auch noch eine kleine Scheibe. Nein, was? Wo war der denn? Schubs ihn. Schubs ihn. Messer. Oh, fuck. Hat mein Ba... Mein... Mein... Funktioniert das bei ihm nicht? Wenn er Ansätze gemacht hätte, selber zuzuschlagen, hättest du ihn weggeschubst. Ja, dann hätte es geklappt. Aber so passiert bei ihm nichts. Solange er das Schild ausgefahren hat, nicht. Okay. Montag, nee, ey. Montag, nee. Aber echt mal Montag, nee. Na gut, die Runde haben sie uns auf jeden Fall gut abgenommen. Wo sie Teamkills gemacht haben. Okay, vielleicht waren wir da auch etwas... Wir waren selber rausgenannt. Wir waren ja auch drei Leute. Also ich war ja auch vorne. Ich dachte, okay, die sind jetzt wie so Hühnchen. Die können jetzt nichts mehr gebrochen. Genau, die kannst du jetzt einfach überrennen. Aber hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, ne? Ich glaube, der hat gerade Ehrgeiz gepackt auch. Die beiden zumindest. Na, das könnte so sein. Einer ist da wieder reingekommen, der rausgeflogen ist. Oder rausgegangen ist. Ach, echt? Das sind jetzt auch wieder fünf. Das hat jetzt angemacht wahrscheinlich. Nee, ist ja casual. Können einfach nachkontaktieren. Gibt es überhaupt Wallhacks? Also habt ihr das schon gesehen? Gibt es. Gab sogar schon der Beta. Ja, hat Dalu installiert. Ich glaube, was das angeht, sind die Leute so schnell... Bei Dalu, Keller. Ist im Partyraum, glaube ich. Müsste Keller sein. Nee, nee. Großer Partyraum. Keller auf keinen Fall. Nee, nee, stimmt. Ich bin drin, leider. Oh, fuck. Wir können aber da, wo wir eben verteidigt haben, könnten wir theoretisch reingehen. Aber hier in der Mitte? Wo ist der Partyraum überhaupt? Links von, ähm, wer ist das denn hier? Jay ist das? Da hinter der Wand. Da. Ich habe die Bombe gefunden. Da ist Partyraum, oder? Ja. Sehr schön. Oh, Gott. Auf, Jay. Nicht, dass du wieder einen erschießt. Ich habe die Kamera zerstellt. Ich mache hier gar nichts. Ich mache hier gar nichts. Dann ist ja alles gut. Ich gehe auch mit oben. Dann können wir von oben eventuell eine Fuse reinhauen. Das wäre, glaube ich, gar nicht. Das lange Fenster. Hast du Sniper? Nee, habe ich nicht. Fuse wäre echt gut. Hast du einen Scope drauf? Rotpunkt. Hier an die Ecke und dann das lange Fenster, weiß er. Der Peter? Ja? Du musst von oben kommen, oder? Moment, oben ist einer drin im Tum. Der Tower ist auf. Ja, ich sehe es. Aber ich sehe keinen. Der ist drin. Doch, 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 doch. Da oben war einer. Wieso kann ich den nicht mehr markieren mit Y? So weit, du kannst den nicht so weit markieren. Jay, hier ist immer eine Kamera. Bei dir war doch einer. No, hier unten ist auch offen. Ja, ich habe gerade aufgemacht. Ach, das warst du. Aber hier ist immer eine Kamera, Jay. Nein, da oben ist einer. Wie meint, dass die da irgendwo sind? Die Kamera ist weg, die euch da gespottet hat. Okay. Der guckt doch da jetzt nicht noch mal aus. Der oben am Fenster zeigt sich nicht. Er ist auf jeden Fall noch im Turm. Er ist auf jeden Fall noch im Turm. Manchmal wünschte ich, ich könnte besser reinzoomen. Ja, ne? Geh mit einer Drohne rein, vielleicht finde ich den im Tower. Er ist unten. Ist nicht mehr oben. Ich weiß nicht, ob noch einer drin ist, aber einer ist unten. Sollen wir nicht hier vorne mal bei mir rein? Ja, wo bist du gerade? Ach, da bist du. Würde gehen. Ja, dann kommst du in diesem großen Zimmer raus. Da ist direkt eine Kamera oben. Ja, die guckt auch. Peter. Das war nicht absichtlich. Hab ich gemerkt. Das hat man gesehen. Ich höre nämlich hier schon den Jammer. Gerade, wo ist denn hier noch eine Kamera? Ah, ich weiß, wie... Liquid, da alle auszugreifen. Bist du auf dem Dach? Ich bin direkt neben dir. Wirf mal eine Drohne runter. Die haben die auf jeden Fall einen Smoke drin. Liquid, wirf mal eine Drohne runter zu mir. Ja, warte, lass mich erst mal runterkommen. Das ist ein bisschen sicherer, falls die hinten ein Fenster aufmachen sollten oder so. Wenn du hier reinfährst, direkt links... Warte! Hab ihn! Nice. Sehr schön. Das war der, den ich gesehen habe. Aber das war nicht der oben im Dach, weil das ist Smoke. Der hat eigentlich einen Shotgun. Wenn wir hier vor die Treppe kommen... Ach, sondern die haben hier zugemacht. Die Wände verstärkt. Da kann ich keinen... Ich müsste einen Raum oben drüber rein, theoretisch. Also, Peter, da vor dir in dem Fenster. Ja, ich sehe ihn hier leider nirgendwo. Das war das, der da war, war der Smoke. Kann halt trotzdem sein, dass oben noch einer ist, ne? Ich sehe hier oben keinen. Aber jetzt sind wir alle im Tower reingegangen. Ist auch nicht so clever, oder? Ich markiere einen. Ich markiere einen. Der hat C4 dahin gelegt, Peter. Wohin? Das auch. Der in deine Richtung. Da, Lu, ich komme jetzt. Vorsicht. Warte auf, warte auf. Du kannst ganz geradeaus durch. Ich weiß nicht, ob hinter den Sand sägen. Ich sehe ihn einfach nie. Nein, hier war einer. Oh. Der Wook. Wo kam der denn jetzt her? Wo kann ich hier eine Fuse anbauen? Oh, da ist links einer. Scheiße. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Der sitzt auf der Treppe Richtung Keller. Ganz links. Zeit, renn uns da vorn. 20 Sekunden. Ich renne. Oh, ganz links und ein bisschen Dresch da vorn auch noch. Also beide links. Ja, und vor Ort sind halt auch welche. Die killen mich, doch, jetzt haben sie mich gekillt. Scheiße. Puh. Oh, nice. Schön. Schön. Wir haben alles weggemacht. Der andere, der Wook müsste von da kommen, ja. Ah, schade. Nice try. Schade. Schade. Wir haben uns zu viel Zeit gelassen. Ja, die sind noch nicht schlecht, Leute. Die sind jetzt wie immer von der besten Seite. Alle 3-0-Kills. Echt? Nein. Hat Jane nicht minus 1? Nein, nein, nein. Ja, das war die andere Runde, die zählt nicht. Ich spiele jetzt aber vorsichtiger. Ich rede jetzt nicht mehr einfach raus. Ich schon. Ja, Verteidigung. Moment, verteidigen wir zweimal nicht. Ich glaube, das gibt es im Casual nicht. Ah, die brauchen wir. Kann sein. Die brauchen wir. Warte, die brauchen wir. Verteidigerrunde ist eigentlich safe. Ich hoffe, dass wir jetzt im Keller landen. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Nicht viel, ne? Eigentlich und so und eigentlich. Ja, richtig. Eigentlich sollten Jay, Peter und ich auch eigentlich auch ein Team machen. Nein, 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 das ist ein Teamspiel. Wir sind im Keller. Wir haben auf jeden Fall die beste Ausgangsposition. Also eigentlich würden wir jetzt rocken. Scheiße. Hier die lange Wand einfach dicht machen. Rook muss ich erst noch lernen. So, Rook ist ausgelegt. Ganz guter Tipp ist mit Rook, du kannst auch die Tasche vor eine Tür legen, dann können die durch den Spalt nicht mehr durchgucken. Und die Drohne, die Twitch-Drohne passt richtig. Und die Drohne wird auch davon geblockt, ja. Ah, okay. Eins. Hier ist einer. Hier ist einer. Oh nein. Ja, die wissen, dass wir im Keller sehr hat. Ah, der ist fast nicht. Ich habe auch noch einer. Wer auch immer gerade oben ist, wer ist oben? Bleibst du draußen? Ich bleib draußen, ja. Hast du jetzt zwei Mutes party aneinander gestellt? Ja, weil er zu breit ist. Oder meinst du mich? Ne. Achso. Weil er zu breit ist. Der konnte da gerade auch schon rüber springen. Oben die Treppe geht noch. Ja, ich mache jetzt oben zu. Du bist rausgegangen, ne? Ich bin außen. Guck mal Kameras. Wer macht oben die Treppe zu? Ich mache jetzt zu. Ich mache hier die Wand verstärklich. Ja, perfekt. Die Außenkameras sind alle down. Echt? Krass. Dann müssen sie Haupteingang sein. Anders kannst du die nicht alle erwischen so schnell. Ich weiß noch nicht, woher der Haupteingang ist. Ungefähr hier in die Richtung. Die Richtung? Ach, die. Ah, Luke hat keiner verstärkt, ne? Ich glaube, die sind oben schon an der Treppe. Die können dann theoretisch hier die Luke aufmachen. Müssen wir aufpassen. Ah, scheiße. Ja, soll ich nochmal hoch und die Verstärkungen rühren? Nein, 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 nein. Das war ein Scherz. Ich glaube, das war kein Scherz. Peter hat ernsthaft gefragt. Jetzt kommen sie oben rein. Das ist jetzt ein Scherz verkaufen. Hinten im Keller hier höre ich auch Steps. Mein Abwehrsystem hat einmal einen Kamm durch. Der nächste, wenn die es nochmal machen, gehen alle rein. What? Aber hinten im Keller, wenn die Wand aufgeht, dann habe ich echt ein Problem. Hier sind mindestens einer. Ich bin ja noch. Ich treffe aber auch. Okay, ich bin down. Ah, scheiße. Von oben. Ja, durchs Treppengelände. Das ist schwer zu sehen. Genau, direkt da unten. Ist auf jeden Fall Fuse gewesen. Oh, sorry. Bin ich. Hier ist ein Schild. Schild ist hinter mir oder oben bei dir. Schön. Nein, ich bin nicht mehr. Er ist hier im Raum bei mir. Er kommt und enttolt mich. Kill. Jawohl, hebt mich auf. Nice. Sehr schön. Kein Problem. Einer ist drinnen. Wir müssen runter. Unten ist ein Schild. Zwei. Ein Schild und noch einer dahinter. Ich lieg unten. Oh, lol. Ist nicht gut. Der liegt genau da. Da sind die. Ah, okay. Ja. Schon wieder die Ash mit dem Tag. Gegenüber, Dalu. Direkt in Richtung Keller sozusagen. Ja, hier. Ich kann nochmal markieren. Hinter dem Tisch. Ich kann mich leider nicht bewegen. Die sind direkt neben mir. Ja, die sind direkt hinter dem Tisch von mir. Fuck. In der Tür standen, die Ash. Du hast ja aber noch Zeit. Du kannst theoretisch auch nochmal ins Loch gehen. Ja, ja. Der Montanier ist direkt links neben mir. Der ist direkt neben mir jetzt. Wegen die sich? Der bewegt sich. Der ist direkt neben dem Tisch. Und die Ash ist rechts. Direkt unter der Tür. Unter der Treppe. Nice. Hohoho. Unter der Treppe, Buddy. Das war doch richtig. Schade. Ich hätte erst echt nochmal gedacht, die ist links. Schade, Alter. Die sind doch noch getroffen, die Sau, ey. Nein. Die waren nicht schlecht. Nein. Ballon. Boah. Die waren aber nicht so schlecht. Aber die waren im Team, waren die richtig gut, die zwei, ey. Boah, wie kacke ich war. Ja, wow. Wie kacke ich war, ey. Sepp und ich waren so viel besser. Richtig gut waren wir. Richtig gut. Wow. Ja, Sepp, mach du mal die Abmacht. Ja, also ihr seht heute meine Sicht. Deshalb vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal hier bei Rainbow Six. Und vielen Dank nochmal an die Gäste. Tschüss. Gerne. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020